Wie erhaben kann man sich bitte schön mit seinem Schmackofatz auf einem Podest stellen und es der Welt präsentieren. Absoluter Wahnsinn. Kleiner Snack für zwischendurch. Auch hier gut angefüttert. Absolute Bereitschaft immer Futter anzunehmen. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen einen Riegel vormachen. Wenn wir mal nach hinten auf dem Popo zeigen. Ja, ist noch alles im Rahmen, aber mehr sollte es jetzt erstmal nicht sein. Diese schöne Dame ist sehr, sehr kooperativ, was Futter angeht, so wie man es natürlich auch von Acanthus Coriaginicolata primär kennt. Eine Art, die sehr zu empfehlen ist, besonders auch für den Einstieg und sieht sie nicht hübsch aus. Ich finde sie absolut Wahnsinn.